Mal gucken, ob er weiter geht. Jo. Miesen scheiß Geschöpfe, ey. Fick doch nicht. Ich renne nicht mehr. Aber zurück können wir jetzt auch nicht mehr. Er flogt nach vorne, ne? Ah, hier ist noch Munition. Hier ist noch irgendwas. Komm da raus. Ah, yeah. Hab's mir gestarzt. Es danced. Hier ist ein Spinde. Ja, zwei Kräfte. Oh, ne Scheißharte. Wo müssen wir jetzt hier hin? Ach ja. Wow, was ist das? Die Brücke? Vorsicht. Der steht bestimmt wieder auf. Hier ist da. Fälligst unten. Oh, was ist das? Das sind wie so solche Schränke. Ja. Ich bin hier wieder im Leben. Klar, der Sturm. Mach den mal clear. Nope, bin am Burton. Oh shit, use the balance the power between left and right. Ach so. System ist online. Tür auf. Krass. Auch noch mal random zwei. Fadas. I don't know. Dr Barton, someone is broadcasted in a coding message to Anikon. Who are you trying to contact me? Mr. Toronto, tell me! Oh, Alter! This cat! Please! They would scare me. I don't know! Komm, geh zum Folter, hitter, Susanne. Hi, Knight 3. Tsk. Hier, High Knight 3. Ist'n Döner-Kräper-Füro. Home and, this is Unit 3. Ah, oh, is mater. Aber hier, das geht jetzt auf, oder was? Achtung, ne? Was? Oh, 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 das... Was war denn das für... Dahin kommt dieses gute Ding. Reloading. Ich weiß doch noch was. Ne, da ist noch was. Lolololol, wie schnell das? Hier, nix, da kotzt du dich voll. Au. Hat sich Schaden gekriegt? Bleibt die Felix tot. Bin jetzt hier über. Klar, du hast so einen Stachel, aber dann kannst du die auch aufspießen. Nicht mich. Was ist das denn? Oh, hier. Okay. Scheiß Spindel. Kompakter Standardrahmen. Was, den hab ich nicht gekriegt? Nee. Warte, du wirst deine Workbench oder was? Mhm. Ich hab mich halt immer schnell. Ist das eigentlich ein anderer Rahmen, oder ist das der Standardrahmen? Nein, lassen. Ja. Ähm, hier. Remove and dismantle. Kompakt. Ja, jetzt hab ich schon drei Compact-Standard-Frames. Das ist ein ganz normales Scheiß-Ding. Ach, das ist der. Ja. Ja. Ich kann das aber halten. Komm, können wir aber halten. Ich hab' den noch nicht gesagt, ich hab' den noch nicht gesagt. Hast du das gegangen? Nein. Ich muss vergessen. Wo läuft mir diese Musik? Diese Marschmusik? Komplete Gedödel. Ich hab' deinen eigenen Staffel gemacht. Loll. Hier ist nur noch... Hier ist es wieder nicht. Haben wir schon eine Keycar? Ne. Jetzt bin ich hier immer noch an dem Auto warten. Wie immer ist gleich kein Geiliger nicht. Ich mach' nur ein paar geile Upgrades. Ich hab' schon, beziehungsweise... Ich hab' nur ein Ding gefunden, plus Schaden, plus einen Clip. Ja, das war die Karre, die ich in den Badezimmer dach fand, Alter. Die beide gekriegt haben. Was hast du gesagt? Das kümle ich dir auch mal drauf. Jupp, hab' ich 20 Schuss hier. Lock doch mal hart. Add... Add... Damage. Okay. Du bist so... Du bist so... Du bist so... ...durch die Tür gegangen? Ach ne, du bist denn eben dran, naja. Ja, hier hab' ich das Ding gefunden. Du kannst duschen. Du kannst duschen. Ja, keine sexy Weiber anstehen. Fällt das Wasser, wenn ich zu schön bei mir ab so? Ich dachte, wir müssen hier runter. Ja, müssen wir auch. Was ist das denn? Fliesentisch oder was? Haben die jetzt hier einen Gangstrand? Oh man. Yeah, das geht. Oh man. Ich komm mit mich um rechts. Okay, ich mach links. Links down. Links down. Oh man. Dirk! Dog an der Decke. Ich glaub das war's. Ja. Oh, schon die Kiste. Machst du das denn auch Zug-Ding oder was? Ich leuchte da auch noch was. Oh, hier, ein Alien-Artifakt. Echt? Ja. Hab ich gesehen. Ich kann mich hinten dann auch leuchten gehen. Was für ein Gift. Oh, er hat da ja nicht noch ganz viel Zeug für mich. Ja. Von hier, aber hier ist das Spiel direkt sauber. Warte, was ist das denn? Was ist das denn? Ja. CMS wie ein Militär-Schiff oder was? Hier spielen wir jetzt. Oh, ekelhaft. Was ist das denn da? Da hinten. Down. Enemy coordinates. Enemy coordinates in front of us, man. Fire, fire, fire. Oh, dieser Atom-Held da. Oh, was hier? Oh, was? Lol, ich hab gerade auf den getreten und ich hab links in meinem Bildschirm ranken. Ey, 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 da kommt einer! Kommt einer! Pisser. Ja. Ja. Ja, guck mal, wie leicht sagt er wieder. Hm. Was ist das denn? Na ja. Mach dir noch nicht den Weg. Ich weiß, ich kann da weg. Komm rein. Wir müssen sie jetzt rauskommen, das wäre immer... Oh! Ich war das! Ja, man sollte ja die Marker nicht an die Wand malen. Ja, das ist wohl wahr. Scheiße. The fuck? Hab ich mich erschreckt? Wow, was? Was ist das denn? Keine Ahnung, ich schütze sie ab! Mach sie ab! Ja. Ja, fuck. Geil. Okay. Pass auf die Bergwand. Was? Wir dürfen uns nicht aufhalten. Da! Ne, ne, ich kann eh nichts machen. Ja, guck mal. Hab alle Ressourcen jetzt aufgebaut. Ja. Entschuld. Er steht aber drauf. Jetzt nicht. Oh, Strom! Was? Boah, das kannst du voll als Schild nehmen, Alter. Da muss irgendwas rein. Die Titan, Junge. Die Titan. Das fehlt. Oh, ich glaube, es ist aus dem Rad. Wie soll das Schild nehmen? Wie soll das Schild nehmen? Keine Ahnung. Ich glaub, man soll. Kannst du wieder drauf machen. Ich geh mal hier vorbei. Mach das Schild wieder drauf. Mach das. Und ich mach überall Munition. Hier ist electric charge. Irgendwo ein Waffenteil. Elektrische Aufladung. Ja. Wolltest mach ein Do-Code-Rap. Funnwitz. Ah, hier ist was. Was ist denn das? Ich mach das. Ich mach das nicht mal. Ah, ich weiss was. Warte, lass uns mal, geh noch mal dahin. Halt das mal gedrückt. Warte, warte, warte. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Back to the coordinates. Mach sie ab, mach sie ab, mach sie ab. Mach sie ab von dir. Vorsicht. Warte, warte. Leute, die gehen sogar an die Leichten ran. Warte, 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 warte. Jetzt ist er tot, jetzt hat er nichts zu gehen. Ach so, ekelig, kleine. Boah, die sind hart, man. Scheiß. Was? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das Ding ist über dieses... Ich glaub, wir müssen aufpassen. Warte, warte, warte. Wir dürfen nicht über die Gitter rennen, die töten uns in Stand. Die sind nicht immer aktiv, wie mir scheint. Das ist natürlich gemein. Was ist denn das für eine Electric Charge? Attachment. Oh, Attachment. Hier, Elektrik, aha. Jetzt hab ich eine Elektrik Charge in meiner Gang oder was? Das wär ja abo. Ich hab da jetzt so ein kleines Ding dran. Elektrik Charge an meiner... Was macht die? Weiß ich nicht. Ich denke mal, der macht extra Elektroschaden oder so im Feind. Oh! Vielen Dank.